Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihr habt mir also meine Sklaven genommen. Dann werde ich meine Schiffe eben mit euch bemannen. Skorbut? Nicht so lustig, wie es klingt. Du machst uns keine Angst. Wir werden den Rest deiner Männer erledigen und... Was ist Skorbut? Gefällt mir. Oh, er ist zerstört. Dieser Tempel, der da brennt. Dort wurde das Herz von Uncarrier aufbewahrt. Echt? Ein kleines Feuer und du bist bereit aufzugeben und Bonbons zu futtern? Ich fang doch gerade erst an. Feuer frei, Männer! Bereitet ihnen einen ordentlichen Empfang. Oh, auf Artilleriefeuer sind wir nicht eingestellt. Bitte nehmt eine Seitenstraße. Und passt auf. Ich will euch nicht gleich beim ersten Einsatz verlieren. Den Göttern und den Baupuschern sei Dank. Der eingestürzte Balkon hat uns einen Ausweg verschafft. Die ganze Zeit kommen Feinde durch diese Bresche in der Wand gestürmt. Könnt ihr etwas dagegen tun? Wisst ihr was? Ihr versorgt mir meinen Auftritt. Zum Glück kann meine Elite-Wache es kaum erwarten, euch kalt zu machen. Wir sind so nah dran. Diese Elite-Wache ist gar nicht so hart, oder? Dreier. Ihr habt es geschafft. Ihr habt die Stadt gerettet. Vielleicht solltet ihr auch das feindliche Lager retten, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, mit euch ist echt nicht zu spaßen. Ihr habt meine Männer besiegt, meine Sklaven befreit und jetzt seid ihr in meinem Lager? Männer, ich zahle einen Goldsack für jeden ihrer durchtriebenen Schädel. Wo ist das Problem? Feige? Kommt doch und holt mich! Niemand kann euch aufhalten! Wo ist er über meinen Herz? W-40. W-40?